ARD Text im Auftrag von Funk Der ist ein bisschen damaged, aber ja, wird auch so funktionieren. Eine schicke Grünblinker ist das jetzt. Das war der erste Goldbröcker Pastelle. Das hört sich sehr interessant an. Das hört sich sehr, sehr gut an. Ich stell den mal einfach hier hin. Das pfeift doch. Alle. Wahnsinn ey. Das ist die Cracker Palme Goldblinker. Das wird auch ganz, ganz doll jetzt. Der Eifel ist auch immer so ab jetzt, oder? Das ist nicht mein Favorit. Das ist nicht mein Favorit, aber total schick. Okay, weiter geht's. Mit dem Silbercracker in Rot. Ich glaub, das wird meiner. Ich glaub, das wird meiner. Das hört sich sehr geil an. Oh ja. Der wird doch geil. Ja? Ja, der wird doch geil. Wahnsinn. Der komplett Feuerwerk-System. Ja, wirklich. Der komplett Feuerwerk-System. Sag das nochmal. Blüten-Sterne-Pastell. Sag das nochmal. Blüten-Sterne-Pastell. Cool. Das wird, glaub ich, auch richtig cool. Ich glaub auch. Ich glaub auch. Es gibt auch einen Kanal von Funke Rosin. Vielleicht kommen noch ein paar. Ja, 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 ja. Ey, sorry Leute, dass ich da drüchten geredet hab. Aber diese... Dieses Aqua und dieses Lemon. Mann, sind... Alter, hast du bisher vermisst. Ja. So, warte. Zack, immer den. Das ist... Denk ich auch geil. Corolla-Rotblinker. Wuiiii. Sagst du? Wird geil? Ich denke, der wird sehr, sehr geil. Vertrauen wir mal Lennart. Let's go. Corolla-Rotblinker. Genieß das. Was ist das? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh flink. Ist wirklich... Wow. Leute. Ey, die Dinger sind so geil. Wer das Glück hat und an die rankommt. Wahnsinn. Kauft. Euch. Weiss. Was ist das? Oh, blink. Bis zum nächsten Mal.